Tag Peter. Hier und einkaufen und... Schön beim Karnevalsumzug. Ne, kein Karneval. Da müsste auch anders gehen. Achso, dann habe ich noch ein bisschen Mods rumgebastelt. Oh, das übliche halt. Das übliche. Doppelwasch der schon, danke. Da rein. Ah, aber er kriegt schon ein bisschen Strom, glaube ich. Aber da muss er mal hin. Da muss man so einen Saug stützen. Aber so geht das nicht. Dann habe ich, glaube ich, noch. Geht das nicht mit diesem Aloe Gabel? Boah, ja, ist ja klar. Geht das nicht mit dem Aloe Gabel? Oh, dann habe ich die Unis von bei. Wer denn hier? Ja, ja. Der Mahlzeit, Mr. Alkalik. Oh, mach mal gleich. Vielleicht gehen wir auch gleich nochmal ihm gucken, was Kotzpuffe so treibt. Ach, so nicht. Bin schon wieder in irgendeiner verlassenen Mine. Wie immer. Nex Viecher hier. Früher hast du immer in die Hose geschissen, wenn du tiefer als 10 Meter musstest. Ja, kann man dann höchstens hingehen und... Ne, so tief gehe ich nicht runter, dann ist mir zu unheimlich. Anders wüsse ich jetzt nicht. Okay. Ups. Aber wenn man auch nur mit einem Stock und einem Blatt ausgestattet ist, dann... Stock und Blatt. Ja, du is das. Stock und Blatt. Ja, ähm, Hebel. Wer macht mal den Hebel? Oh, der letzte Mal, die kannst du ärgern. Wie ungesellig. Hebel, Hebel. Da, Hebel. Stock und Stein. Ich weiß auch gar nicht, worauf du ihn aus willst. Stock und Stein. Ach, halt die Fresse. Freundlich, Leute. Ist schon wieder soweit, ja? Stock und Stein. Ja, gut, dann gehen wir ein paar Steine. So, haben wir jetzt genug Kohle? Ne, ne? Ne. Ich weiß nicht. Ich mach grad Schalter. Ich, äh, werd noch mal eben schnell bisschen Kohle sammeln. Okay. Die liegt doch hier überall zu Masse rum. Dachte ich zumindest. Das ist auch gut. Dann überall rumliegt. Jetzt aber. Hallo? Stöcke? Ach du Scheiße. Jetzt hab ich noch hier vier, äh, Holzblöcke, ey. Das reicht doch gar nicht. Äh, naja, komm hier. Dann machen wir die Hälfte mit. Ich könnte alles in sich schimpfen. Ich könnte alles in sich schimpfen. Ich könnte alles in sich schimpfen. Sonst ist das wieder zu viel. In sich schimpfen. So. 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 So, erstmal reichen. Das geht auf jeden Fall, da müssten wir Ölzahn ist Transportrohr, ja, alles klar, und kommt sogar original auf deiner Seite wieder raus. Das ist wahrscheinlich für Quarry-Mode. Boom! Was? Hat der Boom gemacht. Hat er nichts gemacht? Hat er nichts gemacht? Wahrscheinlich die falsche Pipe. Was ist das? Da kommt das schon mal raus. Warum? Da dachte ich mir, dass du da hängst. Ich brauche noch mehr von den Rohren. Am besten eine Kiste oder so. Die riecht hab ich da raus. Hier. Äh, ne. Wo? Standarddinger, die normalen Kabel. Wie heißen die denn jetzt? Kannst du eben machen? Ne, die nochmal. Wie heißen die denn jetzt? Äh. Ich brauche noch ein bisschen Kabel ab. Ah. Glaub ich denn jetzt noch eine zweite? Das ist doch Mumpis. Mumpis. Keinmal besser auch eine Kiste oder so. Oder dreck ein paar mehr. Besser auch ein paar Kisten dabei machen. Ganz falsch falsch. Kleiner Nestransportrohr, 4662 4661 nimmer Reicht auch Kabel so, Pflasterstein Ja, findet er bei mir nicht, super Pflasterstein Warte mal, hier 4662 Ich sag ja schon nichts mehr Ja, vielleicht noch ein Pott Ah, klar Ja, alle Rohr raus, dann am besten hier so, direkt so dran pappen Eventuell auch noch so eine So, da solltest du wohl erstmal genug dran haben Wo muss das denn, ach jetzt an den Ja, einfach hier zu den Kisten hin, anschliessen Fertig Okay So, geht das Ey, untere weg Mach du denn da Kann ich das denn so machen? Ah, ja Jo, ja, 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 ja Das machst du da eigentlich, oder? Ja, andere Seite, die kannst du eigentlich weg, du Was ja nur hinten laufen lassen, reicht ja. Was soll ich? Ja, die andere Seite weg, die da. So, ok. Come on. Sollte reichen. Das ist doch mal ne Spiegelgeschichte. Reuterhof. Gucken wir mal, ob da hier ein bisschen Strom in der Dicke presst kriegen, ey. So. Oh, der Strahl wird immer dicker, ey. Was wird immer dicker? Der Strahl hier in der Mitte. Der hat Strahl gesagt. Der Strahl wird immer dicker. Der Strahl. Achso. Oh Mann, jede Menge Scheiß. Seht der schon ab oder was? Ja, anscheinend. Ne, wo muss denn der herkommen? Ja, aber wo ist denn der? ja wahrscheinlich sieht man da noch nicht, der Ding ist riesengroß, der wird wahrscheinlich irgendwo dahinten in Timbuktu sein und anfangen ja aber da sind viel zu wenig Kisten wir sollten am besten direkt so ein Sortiersystem machen und da schon direkt was in die Mülltonne fallen lassen und so muss da auch ne Eisendingens rein wie so ein Energiemanipulator bauen, dass zumindest so Erde, Kies und der ganze Watts in direkt so in Energie oder ja erstmal nochmal stoppen das Ding ja stoppen wir mal wenn irgendwas anderes umgewandelt wird so ist das Kacke siehst du wie das läuft da hinten ja ja da muss erstmal richtig eingestellt werden können wir keine Leitung legen dafür da mit einem Schalter ausmachen ja da muss ich erstmal gucken wie das funktioniert mit mit gestern geht es nämlich nicht ja damit dieser Blue Dingens Geschichte da gibt es auch Leitungen ja da geht damit irgendwie erstmal bauen ja dann würde ich sagen dann lass uns diese Leitungen bauen und vielleicht werden wir mal schlau sind anstatt Holzkisten direkt Kufferkisten oder sowas da hinsetzen ja die müssen auch erst bauen ja soviel Diamanten haben wir noch nicht können wir können wir jetzt gar nicht machen 2 pro Kiste brauchst du wieviel? 2 pro Kiste 5 aber wir brauchen noch Gold Insiderwitz ja kenne ich nicht weiß ich nicht habe ich nicht ja Manipulator wie braucht man das Ding nochmal? aus Obsidian, Smaragd ja du bist wohl bei der alten Liste aber wir haben eine neue warte mal ich guck mal vielleicht baut man die da auch anders das macht natürlich bei ein Manipulator ein Energie Manipulator ja ja ein Aether Manipulator heißt er Infused Manipulator da gibt es drei Stück war Infused Manipulator ja Aether muss sagen er Hilded Manipulator aber das sind das noch für welche keine Ahnung ich mache dasselbe also Isar Kondenser was ist das denn Isar Kondenser da braucht man Obsidian Schmaragd Lapis Glowstone ok soll ich das Ding mal im baum gehen in welchem baust du der komplette ding ja ja kannst du tun vielleicht habe ich sogar noch was in der kiste da unten was die teile im lager sag mal schnell wie heißt das schwarze zeug Obsidian ja aber da wird wahrscheinlich nicht reichen müssen wir doch gleich mal irgendwo was sammeln gehen äh Manipulator ja da brauchst massig Obsidian jetzt anscheinend wir gucken wieviel heilert hier 1 erstmal 6 für die für die Grundpiste 6 plus 1 5 10 16 während er das Ding dann baut mache ich mal eben ein kleines Päuschen weil ich muss nämlich dringend mal aufs Klo 6 also ähm ich gleich was ist das da noch hier auch nochmal 6 schmissen mit 6 6 6 7 9 Vielen Dank.